Welche Vorteile hat ein E-Book-Reader gegenüber Büchern? Im digitalen Zeitalter sind E-Books mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Auch wenn man noch nostalgisch am echten Buch hängt und Papiergefühl, Geruch und Aussehen wichtige Faktoren sind. Ein guter E-Book-Reader hat auch viele Vorteile. Gibt es E-Book-Reader und Tablet in einem und welche Vor- und Nachteile haben E-Book-Reader? Gegenüber Apps Durch das wachsende Angebot von Tablet, die in ihrer Ausführung immer leichter werden und in fast jeder Größe zu finden sind, stellt sich die Frage ob es eine Kombination von E-Reader und Tablet-PC gibt. Was kostet ein E-Book-Reader? E-Book-Reader können preislich stark variieren. So gibt es Produkte, die du schon für unter 100 Euro bekommst. Aber auch Geräte, die bis zu 350 Euro kosten können. Wo kann ich einen E-Book-Reader kaufen? E-Book-Reader kann man sowohl in einer Buchhandlung, als auch bei einem Elektroanbieter oder im Kaufhaus kaufen. Welche Bildschirmdiagonale sollte mein E-Book-Readers haben? E-Book-Reader gibt es in fast jeder Größe. Die meistverkauften sind zwischen 6 und 10 Zoll groß. Welche Formate kann ein E-Book-Reader lesen? Das bekannteste Dateiformat unter E-Books ist die Pub. Dieses Format kann von fast allen E-Book-Readern gelesen werden, mit der Ausnahme von E-Book-Readern des Herstellers Amazon. Amazon-Geräte unterstützen neben ihrem eigenen Format. Amazon Kindle A Z W Nur auswählte Formate wie zum Beispiel M O B I Gibt es E-Book-Reader mit Vorlesefunktion? E-Book-Reader mit integrierter Vorlesefunktion unterstützen Sehbehinderte und helfen sogar Blinden, Bücher zu lesen. Gibt es wasserdichte E-Book-Reader? Viele Hersteller rüsten ihre E-Book-Reader immer mehr auf und begeistern mit Produkten, die zwar nicht komplett wasserdicht sind, jedoch Schutz vor nassen Händen und Spritzern bieten. Ein Beispiel hierbei ist der Kobo Aura H2-Oi-Reader. Des Weiteren findet man auch wasserabweisende Produkte vom Hersteller Tolino. Was ist ein E-Book-Reader mit E-Ink-Technologie und wo liegen die Vor- und Nachteile? E-Ink ist ein Markenname der E-Ink-Kooperation und wird als Synonym für elektronisches Papier verwendet. Unter E-Book-Readern mit E-Ink versteht man also Reader dessen Bildschirme mit der E-Ink-Technologie ausgestattet sind. Wann sollte ich einen E-Book-Reader mit Farbdisplay in Erwägung ziehen und welche Vor- oder Nachteile gibt es? Ein E-Book-Reader mit Farbdisplay eignet sich vor allem für Nutzer, die PDF-Dokumente und weitere multimediale Inhalten lesen und öffnen möchten. Soll ich einen E-Book-Reader mit Beleuchtung wählen und welche Vor- und Nachteile kann ein solcher Reader haben? Ein großer Vorteil eines E-Book-Readers mit Bildschirmbeleuchtung besteht darin, dass durch die Hintergrundbeleuchtung die Möglichkeit besteht E-Books ohne externe Lichtquelle zu lesen. Was ist an einem E-Book-Reader mit Blaulichtfilter besonders und wo liegen die Vor- und Nachteile? E-Book-Reader mit Blaulichtfilter sind vor allem für Nutzer geeignet, die häufig im Dunkeln lesen. Bei E-Readern mit hohem Blauanteil wird der Mensch blauem kurzwelligen Licht ausgesetzt und schüttet. Nicht genügend Schlafhormonmelatonin aus, um den Müdigkeitsprozess einzuleiten. Inwiefern unterscheidet sich ein E-Book-Reader mit HD-Auflösung von anderen Readern und gibt es dabei Vor- und Nachteile? E-Book-Reader mit HD ist gleich High-Definition, unterscheiden sich in der Auflösung der Anzeige. So erhält man bei HD-Produkten ein glattes Schriftbild. Der Lesegenuss wird durch die scharfe und deutliche Darstellung erhöht. Welcher E-Book-Reader war der erste auf dem Markt? Die Geschichte des E-Book-Readers geht auf 1990 zurück, als Sony Data Discman auf den Markt brachte. Dieses Gerät diente dazu Nachschlagewerke in elektronischer Form lesen zu können. 1999 erschien ein E-Book-Reader der Firma Nuvo Media. Jedoch ohne Erfolg. In den weiteren darauffolgenden Jahren kamen vereinzelt weitere Modelle auf den Markt. So auch der erste Reader mit E-Ink-Technologie in Japan. Wie ist die Rechtslage in Bezug auf Lizenzen und Kopierschutz bei Verwendung eines E-Book-Readers? E-Books sind mit einem Kopierschutz versehen und werden oft in geschlossenen Systemen vertrieben. So unterstützen Mache E-Book-Reader nur bestimmte Formate und stellen damit sicher, dass nur ausgewählte Bücher gelesen werden können. Der Kopierschutz von E-Books wird als DLM, ist gleich Digital Reizmanagement, bezeichnet. Wie ökologisch ist ein E-Book-Reader? Für die Herstellung eines Bestsellers mit einer Auflage von Z.B. Einer Million Bücher mit je 250 Seiten werden durchschnittlich 12.000 Bäume gefällt. Des Weiteren werden für die Weiterverarbeitung, wie Druck und Verrieb, Wasser und Energie verbraucht. Der weltweite Buchdruck hat damit einen starken Einfluss auf die Produktion von CO2 und somit auch für den Klimawandel.